Ihr Maler, lasst euch sagen, ihr habt so viel uns zu schildern. Ich frag euch, darf ich's wagen? Es fehlt etwas euren Bildern. Sagt, warum malt ihr denn nur weiße Engel, die vom blauen Himmel schweben? Diese vielen kleinen Engel, muss es doch auch anders geben. Warum denkt jeder nie daran, dass auch ein Engel schwarz sein kann? Die vielen kleinen Neger sehen euch bittend an. Denn ob wir arm oder reich sind, wie werden alle vergehen? Weil wir doch alle gleich sind, wenn wir vor dem Himmel stehen. Und wenn ihr einen Engel macht, dann denkt doch einmal daran, dass es nicht nur weiße Engel gibt, dass ein Engel schwarz sein kann. Wer sagt euch, dass es nicht nur weiße Engel gibt, dass es nicht nur weiße Engel gibt, dass es nicht nur weiße Engel gibt. Wer sagt euch, dass es nicht nur weiße Engel gibt, dass es nicht nur weiße Engel gibt, dass es nicht nur weiße Engel gibt. Wer sagt euch, dass es nicht nur weiße Engel gibt, 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 dass es nicht nur weiße Engel gibt. Untertitelung des ZDF, 2020